Ich sehe dich! Batschett! Äh, was soll ich denn nochmal machen? Hilft der Person im 4. Stock? Achso, ja, stimmt, ja. Äh... Was ist das? Das ist ein Schritt, ey. Moment, äh... Ich habe keine Ahnung, wohin du... Ne, hä? Hallo? Da häng ich schon wieder. Ähm... Hier ging es nicht. Hier ging es auch nicht. Hier ging es auch nicht. Hm. Ah... Jetzt gehen wir nochmal hier raus. Jetzt gehen wir mal... ganz hoch. Oh! Hallo! Oh... Komm runter! Wo ist er jetzt? Hallo? Jetzt hängt er oder was? Ach, das haben wir gleich. So... Was? So geht es natürlich auch. Ähm... Äh, warte mal. Da wohnt Batscht. Hier brauchen wir irgendwas. Oh je. Hier geht es nicht. Hier ist Blut. Oh, da ist was. Oh, sehr gut. Okay. Okay. Ähm... Kann ich das hier zusammenhauen? Warte mal. Nehmen wir mal das da. Ha! Soll ich mal drücken? Ne. Kann ich nicht. Okay. Dann nett. Nehmen wir das da wieder. Dual Veed und das da. Genau. Ja. Aber ich hab doch jetzt irgendwas aktiviert, oder? Warum kam die jetzt grad? Hm. Warte mal. Warte mal. Hier geht es nicht. Ich geh mal noch weiter runter. Geh jetzt mal ganz runter. Ja. Weiter geht es nicht. Ja. Zu. Hier ist offen. Okay. Oh, oh. Pfff. Pfff. Oh. Oh, leck mich. Pfff. Alter. Wie geschocken jetzt, ey. Was ist das jetzt? Okay. Ich würd mal gern... Achso. Das geht nicht. Warte mal kurz. Ähm. Equipen. Mal kurz hier nachladen. Okay. Dann machen wir wieder Dual Veed. Mit dem. Pfff. 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 Oh. Meine Güte. Yes. Und speichern. Natürlich. Sollen wir gleich mal safen. Wunderbar. Kann man das aufmachen? Nee. Also hier ist jetzt nix. Hm. Aus. Pfff. 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 Mein Gott. Wo kam ich jetzt her von da, ne? Okay. Dann geht's jetzt da lang. Pfff. Ne. Da war ich doch grad. Pfff. 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 Da muss ich lang. Pfff. 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 Da liegt was. Geim-Nutiz 4. Das letzte war echt gut, ein Genuss umzubringen. Leicht mit meinem Messer zu schneiden, wie Essen. Alles klar. So. Hier drin? Wo? Da drin? Schlüssel? Oh cool. Da, verleichter. Keller. Ich will nicht in den Keller. Oh nein. Da ist doch jemand, oder? Zeig dich. Oh, da ist was zum Speichern. Jetzt nehmen wir mal das zweite da unten. Okay. Oh, oh. Vielleicht kann ich hier runterklettern, natürlich. Hm. Aber mit was? Mit einem Seil, oder was? Woah! Hallo! Boah! Boah, ist das ekelhaft. Ach du meine Güte. Wo kam denn die jetzt her? Aha! Ah! Mein Gott! Okay. Ja, da ist zu. Na danke auch. Gut, dann machen wir mal hier... Ähm. Use. Du hast Platz, um zu gehen. Ach, ich bin schon oder so. Denken wir schon. Oh, da passiert noch was, oder? Hm. Ich geh mal hier in die dunkelste Ecke. Oh, Mist, ey. Hallo! Weg! Oh, scheiße! Warte mal! Äh! Dö! 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 Nein, nein, nein! Oh, nee! Ach, komm! Ah! Nochmal! Ich muss gleich nachladen hier! Ach! Der Scheiße! Ja, das kennen wir schon. Also, es geht nicht lang. Es geht nicht weg. Na gut! Na komm! Hä? Was denn? Hallo! Ja, danke. Kurz mir noch ins Gesicht rein. Depp. Ha! Okay. Lass mal hier aufladen. Boah, alter! Zack! Zack, zack! Okay. Dann tun wir das wieder equippen. Dual-read mit dem. Oh, Mann. So. Wir müssen jetzt speichern. Nicht, dass ich das nochmal machen muss. Kein Bock drauf. Puh! Jetzt schau ich mich aber nochmal um. Aber nicht, dass ich hier irgendwas verpasst hab. Nee. Nix mehr da, ne? Okay. Dann nehmen wir jetzt hier das Seil. Hier. Your place to rope. Your place to rope. Your place to rope. Oh, oh. Da steht er schon. Haha. Da. Ja, so geht's auch. Natürlich. Haha. Okay. Und jetzt. Halleluja. So, kann ich jetzt bitte wieder speichern? Muss die wieder hochgehen, ne? Oh, toll. Alles zu. Alles zu. Oh, da ist noch was. Okay. Fünf Munition schon. Aber Munition, ne? Ich kann nicht mehr hochgehen. Scheiße. Oh, da ist noch was. Fünf Munition schon. Aber Munition, ne? Ich kann nicht mehr hochgehen. Boah. Alter, ist die krank oder so? Hm. So, wieder aufladen. Genau. Jetzt wieder Duelweed mit dem. Sehr gut. Boah. Hey, da liegt was. Ich möchte da hin. Kann ich's nehmen? Ne, ne? Scheiße. Okay. Aber holen wir das Messer hier. Hier ist es wo. Ich kann sie nicht öffnen. Okay, lassen wir's lieber. So. Was war das? Das. Da. Mach mal gleich. Scheiße. Ja, so geht's natürlich auch, ne? Ist hier irgendwas? Ne. Eine Badewanne. Ist gar nix. Na komm. Muss auch nix. Okay. Auch nichts zum Speichern. Aber hier ist was zum Speichern. Cool. So, belegen wir mal einfach mal alles. Okay, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder von Choir 4. Tschüss. 哪 Musik. Okay. W leaders Na, irgendwas ist da.